Heute gehen wir wandern am Fratzenweg zum Uhlbergturm. Wo kommen die Erste? Haben Sie Fragen? Nur Mut und Klingeln. Ja. Cool. Neigewachsen. Dass das die Beine jetzt nichts ausmachen. Das ist ja innen drin, das ist ja Totholz. Das macht ja nichts aus. Auch ganzer Hund. Da gleich nichts überall neig gemacht. Echt alles. Wow, der ist auch gut. So versunken im Ding. Ja, der hat echt alle Bäume da mit. Alle Bäume irgendwo was neig gemacht. Wo immer was war. Ja, der hat immer so verschieden geschnitten. Der wohne lacht. Der andere. Ja, die da rausgucken. Und das alles nur weil gerade Bauarbeiten sind. Waldarbeiten nennt man das. Waldrefugium. Oh, sogar mit. Die sind auch da. Waldnaturschutz. Das ist ein cooles Tier ist das. Das ist ja auch mit den Autos rausgegangen. Das ist ja auch mit den Autos rausgegangen. Das ist halt hier auch absolut die Handlage, gell? Das ist die Gasselstücke. Ja. Cool. Mit Bewertung. Ja, cool. Das ist gerade der richtige Hände rein. Ah, mit allem drum und dran. Cool. Das war so klärspulierbar. Ja. Da sind wir auch nicht. Ha? Ah, nein. Jetzt sitze ich sicher. Ich bin schon gar nicht überrascht und ich reagiere. Ich denke, oh mein Gott, ich bin ein bisschen besser. Dann habe ich das. Ja. Was ist das? Das ist... Ist das Nürtingen? Nein. Irgendwas, oder? Nein. Da hinten ist Sückenleife. Ich weiß auch nicht genau. Ich darf den doch nicht runter. Außerdem muss ich meine große Türe ja mit dir machen. Ja, so ist es. Das ist nämlich der Ulbauturm. Hier und hier und hier. Und hier. Hast du da geheiratet? Sind das vier? Und da, was ist das Krankenhaus vielleicht? Das ist ein Haus hier. Ach so. Aber das ist doch der Turm. Ja. Wir haben heute weitergeglaubt.